Ja, mittlerweile geht es hier wirklich drunter und drüber in Stuttgart. Nicht bloß Krennstatter, Kurff, sondern auf der Gegengarde alle sind sie halber. Der ganze wilde Süden strahlen weiß und rot. Oh course! Boahي, Gooh, a-o-ay! Ladies & Gentlemen, er ist soweit und Stuttgart kommt. Und wir warten fast schon, wie das Christkindl ein bisschen losgeht hier. Leute, Leute, Leute. Es ist bereit, Feiertagsstimmung heute in der MLB-Arena. Reformationstag, heute Abend. Was geht ab? Was geht ab? Es geht sehr viel ab. Union Berlin, sie haben uns vor vier Jahren rausgekegelt in der Relegation. Und heute haben wir das erste Mal im DFB-Vokal die Chance, sie rauszugegeln. Da sind wir alle ganz heiß drauf. Und heute haben wir das erste Mal im DFB-Vokal. Und hier haben wir uns patreon, mira, die Fareiende. Musik NA Genau. 1 Musik Gymnasium Woh! Game over! Ja, liebe Leute, jetzt feiern wir. Schon wieder gibt es eine R-Runde. Heute ist ein Feiertag. Wir sind in Berlin wieder ein Stückchen näher. Und der Feiertag, der heißt auch Reformationstag. Reformationstag 31.10. Jedes Jahr darf man das feiern, was wir da gefeiert. Nicht, dass 1893 was passiert ist, sondern der Martin Luther, der hat vor über 500 Jahren die Kirchen erneuert. Und das ist er zum Feiern. Der hat gesagt, dass Ablasshandeln nichts bringt und dass einfach gute Taten nichts bringen, sondern dass allein der Glaube genügt. Das hat der Martin Luther vor 500 Jahren erneuert. Und dann hat er die Bibel übersetzt. Die Bibel, dieses wunderbare Buch, das von Gott spricht, das hat er übersetzt. Und ich kann euch sagen, ich lese da jeden Tag drin, fast jeden Tag, ein paar Mal in der Woche zumindest, und es erneuert mich jedes Mal, wenn ich drin lese. Was für eine schöne Sache. Und ja, das gibt es die Feierabend. Über Lage, wir sehen, wir haben die Terminale, Atta, Sattelation. Überlage gemacht wird hinter uns. Und Applaus für unsere Jungs, für unseren Club, für unseren VFB! So, jetzt kommt gleich die Unterjusersfeier. Zübel wird feiert, hat sein Kasten leer gehalten. Morgen ist Feiertag, wir dürfen ausschlafen, weil der Heilige ist. In Berlin gibt es keinen Feiertag. Sie können heimfahren und morgen schaffen. Ja, so ist es dort. Aber mehr, wir feiern jetzt. Alle, hier nochmal los.